Wir befinden uns in Ostfildern im Stadtteil der Parksiedlung in der Verlängerung der Breslauer Straße. Wir wurden zu einem Verkehrsunfall der Stufe 2 eine eingeklemmte Person alarmiert. Beim Eintreffen war es so, dass ein beteiligter Pkw frontal auf einen Baum aufgefahren war. Die Person saß nicht mehr im Fahrzeug. Sie ist über den Rettungsdienst, Notarzt und Rettungsassistenten schon gerettet worden und sie wurde untersucht. Die Aufgabe der Feuerwehr stand letztlich darin, einen Sichtschutz aufzubauen, damit der Notarzt und sein Team die Arbeiten ohne Beeinträchtigungen durchführen konnten. Das Fahrzeug wurde gesichert, die Batterie wurde abgeklemmt und ein Brandschutz wurde aufgestellt. Leider konnte der Notarzt bei der Person nur noch den Tod feststellen. Er hat dann so lange den Sichtschutz aufrechterhalten, bis dann entsprechend die Person dann geborgen worden ist durch einen Bestatter und hat dann die Polizei noch unterstützt bei den Arbeiten zur Unfallermittlung. Im Einsatz hier vor Ort waren 15 Mann und vier Fahrzeuge. Der Feuerwehr aus der Füllernabteilung Nellingen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 von der Füllernabteilung Nellingen.